Willkommen zur neuen Folge von 1984.fm Liebe YouTuber, hier habt ihr es schwarz auf weiß, besser gesagt, hier habt ihr es für die Ohren und für die Augen, was für eine mega Lügnerin Frau Merkel ist. Sie hat schon oft genug ihr Volk betrogen und angelogen und hier in dem Fall macht sie es wieder und sie macht, wenn sie jetzt sagen würde, jetzt hört zu, was sie gleich sagt, wenn sie sagen würde, ja wir wollen keine, aber wenn es nicht möglich ist, dann machen wir doch eine PKW-Maut oder wenn sie gesagt hätte, auf keinen Fall wollen wir eine PKW-Maut, aber wenn es gar nicht geht, dann müssen wir halt eine machen. Also wenn sie sich halt ein Schlupfloch offen gelassen hätte, aber hat sie nicht, ja, hier hat sie eindeutig euch angelogen, sie hat euch belogen und betrogen. Sie wird, diese PKW-Maut wird wie eine zweite Kfz-Steuer und wieder haben sie die etwas mit weniger Geld am meisten zu kämpfen. Die müssen dann wieder mehr zahlen. Laut Dobrindt muss man dann, wenn man ein älteres Auto hat, mehr Kfz-Steuer zahlen und auch die zukünftige Autobahn-Bundesstraßengebühr, die dann überall gelten soll, wird auch für die mit weniger Geld höher ausfallen. Das ist schon eigentlich eine Unverschämtheit und die Menschen schnallen das ja natürlich nicht und wenn dumme Schlafschaffe was nicht schnallen, dann sollen sie halt so weiterleben, das ist ihr Pech. Ich weise nur noch mal darauf hin, passt mal auf, hat jemand Kohle, hat er einen Managerjob oder Bankster oder was weiß ich, dann kann er ein neues Auto kaufen. Dieses neue Auto kann er absetzen und wisst ihr, wer das Abgesetzte zahlt? Natürlich der normale Malochen, der Mensch wieder, weil er gar nichts absetzen kann. Und also hat der, der mit Geld hat wieder zwei Vorteile. Erstens fährt er ein nagelneues Auto. Zweitens kann er alles Mögliche von der Steuer absetzen. Und drittens, der mit weniger Geld muss jetzt mehr Automaut zahlen, PKW-Maut zahlen und auch, ihr werdet sehen, höhere Benzinkosten werden auch noch kommen. Die Bankenkrise und so weiter, die ganzen Versprechen an die EZB und so weiter müssen ja eingehalten werden. Und wer wird das natürlich wieder bezahlen? Na wie immer, das dumme Schlafschaf und damit du schön dumm und schlafscharf bleibst, wirst du schön weiter manipuliert und angelogen und betrogen und dir wird eine heile Welt vorgegaukelt. So, lange geredet. Hier kommt es original mit ihrer Stimme. Es tut mir leid, dass ich euch das antun muss, aber ihr sollt schon selber sehen, wer euch regiert. Was für eine Lügen, Baronin. Hört zu! Also ich würde ganz gerne schon bei dieser Sendung wissen, wie denn dies funktionieren soll mit einer PKW-Maut für Inländer, Frau Merkel. Denn Sie werden ja von Herrn Seehofer wahrscheinlich vor die Situation gestellt werden, dass er sonst keinen Koalitionsvertrag unterzeichnet. Und ich würde gerne wissen, welche Konsequenzen es für Sie hat gegenüber Herrn Seehofer. Ja, die Konsequenzen kann ich kurz und knapp beantworten. Mit mir wird es keine PKW-Maut geben. Ah ja, endlich schon. Das hätten Sie kürzer haben. Das habe ich schon sehr, sehr lange und in vielen Interviews gesagt. Naja. Ich glaube nicht, dass es richtig wäre, die Autofahrer weiter zu belasten. Ich glaube auch nicht, dass es richtig wäre, dem Bund weitere Einnahmen vorzuenthalten. Wir haben genügend Aufgaben. Da stimme ich Herrn Steinbrück sehr zu, dass wir investieren müssen. Und insofern, mit mir wird es eine Maut für Autofahrer im Inland nicht. Okay, dann haben wir das Thema auch noch nicht. Also ihr habt es eindeutig gehört. Sogar zweimal hat sie es gesagt. Sogar zweimal. Und das ist schon eine krasse Lüge. Wie gesagt, wenn man es einfach nur mal so nebenbei sagt. Na, ich bin nicht so dafür. Aber hier sagt sie eindeutig, eindeutig zweimal. Sie will das nicht. Also das ist so eine absolute Lüge, dass sie dafür nicht zurücktreten tut. Das ist schon echt der Witz. Ihr müsst alle ihren Rücktritt fordern. Das ist hier eine bewiesene Lüge. Fordert ihren Rücktritt. Mensch. Wenn die Frau Eier hätte, hat sie ja nicht. Wenn sie Kojones hätte, hätte sie... Ach, vergiss es. Was erwartet ihr von der aktuellen Regierung? Das sind doch alles nur wohlgesättigte, egoistische, selbsteigensinnig denkende, fette Säcke. Das war's. Danke. Okay, auf Wiederhören. Zumindest für Wien. Zumindest für die neue Version. Wir haben hier erst drin. W видел, die ganzen Peperapäe. Wie spürf die Generation gewesen, die den elektrischen Strom abphonieren Imperial? Was warst du? Anstieg, wie Sie auf alle... ...we duchte. ...wurzige Fahrt Dein ganzes Walsh. ...es Bohrlein. Wir müssen heute ... in München mit dem Bord erhoben. Juhu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein Schöne, ein Schöne, ein Schöne. Hau ab, hau, hau. Hau ab, hau. Hau ab, hau. wenn das Bindlokokın leur tutarsanız dakikada başlкість noiĹyitä violence ist dargõs menu çok kişiye www. recommend. CV Uuuuuui Ich bin ganz ferner, weil er glaubt mit seiner Erfahrung und aus dem Wirtschaftsleben zu sehen, wie man Wirtschaftsbearbeitet und wir sind dabei. Und ich bin ganz, der das nicht, der es noch nicht mit an den Arten für die Gründe und Jürgen dieser Stadt kam. Und ich bin ganz, der das nicht, der es noch nicht mit an den Arten für die Gründe und Jürgen dieser Stadt kam. aus dem Arm, in ihrer Stadt, ihren Gemeinschaften verschwinden. Und jetzt, wenn ich weiß, ist das, was wir uns in Berlin überlegen. Wir werden auf Berlin nicht vor Ort umgesetzt gehen. Wuhuuu! Wuhuuu! Was ist das für ein Programm? Wuhuu! Wuhu! 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 UNTERTITELUNG 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.